Säufe-Kiste Lue Edison Ist das eine Wurstbrädiepfanne auf Rollschuhe? Äh, nein Ist es eine Trüli-Maschine für ein Trüli-Glassi? Nein, schau, was ich zeichnet habe Weisst du, was es ist? Ein Wagen mit Rädchen Können Sie Und jetzt weiss ich es, eine schöne Seife-Kiste Ja, und jetzt baue ich genau so ein Gut, und wenn du Hilfe brauchst, musst du mir nur rufen Schau, ich habe dir noch meine Regis an, mein Brauch Ah! Hier ist eine Kiste Krimskrams, Molly Was ist das? Oh, eben Krimskrams Wenn man etwas anbaut ist, braucht man immer viele Krimskrams Hey, Krimskrams Hey, Krimskrams Edison, das ist meine Seife-Kiste Ah! 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 Hm? Ich bin schon wieder da! Hurra! Jetzt brauchen wir, glaube ich, ein paar von deinen Rädchen Ich habe es ja gewusst! Ich habe es ja gewusst! Da tue ich auch mal ein Herren! Man kann nie genug Rädchen haben! Ähm... Es ist immer noch nicht recht so, wie es sollte Nein! Es sieht viel schöner aus! Aha! Aha! Okay! Und was jetzt? Ich habe dann alles bereit zum Abfahren! Wer ist dabei? Ja! Ich! Oh! 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 Du fährst! Ha! Hast du die Bremse noch nicht loslassen? Oh! Es hat gar keine Bremse! Oh! Wir kommen gar nie in einen Herren! Wir kommen gar nie in einen Herren! Also, wenn wir die Augen zumachen, kommen wir überall her! Überall her? Ja! Überall, wo du dir vorstellst! Wie zaubern! Alle jetzt die Augen zumachen! Oh! Alle jetzt die Augen zumachen! Ich mache meine Augen zu und ich bin schon irgendwo! Woher gehen wir, Polly? Zuerst gehen wir zum Besuch! Dort bei den Bergenlingen ganz weit weit weg! Oh! 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 Und dann reisen wir zu der Lavasee! Oh! Und dann... Oh! 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 Haha!